passt jetzt nicht ganz so dazu aber wir sind ja auch hier schon im gefängnis könnte ich eigentlich auf der seite dann auch die kürbiskopf den kürbiskopf hier wegnehmen oder wird es jetzt hier zu dunkel es ist jetzt erstmal so dunkel bis nacht ist so das sieht sehr dunkel aus nein nicht nieder 3 8 das ist eigentlich okay es ist nicht so dunkel trotzdem mache ich hier noch keine ein ding hin ist mir sicher nicht wahr so hier kam dann hier kann dann größer da der polierte depilierte graniten das alles reicht mal sehen das haben wir schon mal das ist schon mal so weit fertig jetzt müssen wir nur noch diese steine das könnte knapp werden da habe ich nämlich welche weggetan da brauche ich gleich noch welche ach ja so hier ist ja auch noch gar nicht ja das reicht für keine zwei pfennig ja manche manche sprichworte muss man ja jetzt in zeiten von euro und cent irgendwie umdichten oder wie ist das das reicht für keine zwei pfennig müsste man sagen für keine zwei cent aber es gibt ja auch gibt hier kein heller und fennig dafür heißt es ja auch obwohl es dann keine heller mehr gibt die sprichworte sind ja wirklich relativ alt manchmal weiß manche sprichworte muss manche sprichworte muss man halt mal nachschlagen jetzt muss manche sprichworte jetzt muss ich die decke da oben noch machen ja ja der gang ist soweit okay habe ich dann noch die platten dabei 63 ja da ist noch eine die anderen sind auch nur zwei breit oder die dreien das war dass man da auf dem gefängnis flur die drei breiten gänge hier sind wir immer mit zwei gelaufen glaube ich doch oder muss gleich mal gucken aber ich glaube schon na ob das reicht hier müssen wir noch nicht mehr so ganz soweit also brauche ich da noch die treppenstufen so jetzt hier runter geht also muss ich dann doch mal ins lager so dass hier war ja schon fertig nicht oder auch nicht wissen wir auch noch nicht fertig auch gottchen hilfe ich bin gestern oder ich habe jetzt gedacht ich wäre fertig gewesen damit hübser kann ja wohl nicht wahr sein da muss ich glaube da müssen wir noch mal ins lager und aber hier sind wir zumindestens mit denen passt denn das wenigstens ja alle polierten dinge soweit also ein bisschen polierte kann ich auch noch mitnehmen es kann sein dass wir noch was brauchen aber was wir nicht brauchen ich muss jetzt mal direkt mal gucken hier aber aufnimmt ja nimmt auf so bei der ersten station links abbiegen bitte merken sowas wollten wir mitnehmen wir wollten alles mögliche an steinziegel kram mitnehmen steinziegel da haben wir sie also sie brauchen diese hier da habe ich praktisch keine mehr von kann man sich aber basteln und wir haben auch keine stone bricks mehr keine steinziegel die gekriegten ja vielleicht kann man die ja mal zwischendurch mal so ein bisschen verbauen aber und vielleicht doch mal die bemosten aber nur mal so hier und da vielleicht mal gucken ob wir nicht noch was gebranntes hier drin haben na was denn so ok was ist das auch noch stein ja aber in tunneln nach art des hauses hätte ich beinahe gesagt braucht man unheimlich viel nachdem wo die rummelsberger tunnel nicht wahr da die erste rechts ne siehst du da habe ich mich nämlich verlaufen ich muss hinter dem gebäude rum die sind ja in verschiedenen so hier muss ich durch diesen tunnel und dann die erste rechts das ist ja noch 3d machen wir erstmal den eintunnel fertig zum gefängnis der ist ja schon mehr oder weniger fast durch so und dann machen wir hier mal da müssen wir jetzt koppel oder sowas reinpacken haben wir nicht haben wir nicht echt habe ich gar kein koppel kann aber nicht sein dass ich so ein gebrauchsartige nicht dabei habe aber ich glaube wir hatten hier noch genug von dem zeug also hier hatten wir glaube ich noch genug ja ja natürlich so das reicht auf jeden fall ankurbel so können wir gleich mal hier unseren gang benutzen und dann in den anderen hier reinschränken so das essen macht hungrig quatsch was man so für einen stoß manchmal erzählt nicht also das arbeiten macht hungrig meine ich natürlich so der appetit kommt beim essen er kann natürlich auch sein okay machen wir noch platten ach so muss ich das ansetzen ja da können wir noch weiter ausgraben sonst wird das zu eng platten haben wir keine mehr habe ich irgendwo eine werkbank ich habe doch überall werkbänke da ist eine wieso habe ich da eine reingemacht kann ich mich gar nicht daran erinnern so schlafen wir mal wieder hier äh ausgang okay ach werkbank ja quatsch so ich kann mich echt nicht daran erinnern dass ich da eine werkbank mal reingemacht habe aber anscheinend die kommt ja nicht von selber dahin ach das sind jetzt mossi will ich nicht ich will die ganz normalen so und dann sollte das aber reichen denke ich mal so die maus ist schon ein bisschen blöd jetzt mit der linken maustaste ich muss mir da dann mal eine neue kaufen kann man eigentlich reparieren ich glaube das lohnt sich nicht noch lohnt sich nicht so und dann hier ein da ein und da ein richtig rum bitte so ja sag du mal was ist das so und hier noch bisschen von den platten die ich jetzt auch nicht mehr habe machen wir mal ein paar platten noch da rein so dann haben wir das fertig das hier müssen wir natürlich mit ähm i drücken bitte schön und zwar mit den stone breaks linke maustaste bitte so da muss noch überall was hin hier könnte noch zwei mit den granit dingern hin da kommt noch der rein so granit hatte ich gesagt an die stelle da oben noch was da noch was und da noch was man sieht das zwar kaum aber wir wollen das ja perfekt machen oder nicht nur an der position der kürbis perfekt sondern sonst auch so das ist jetzt der gang und das ist jetzt soweit klar jetzt kommt dann hier noch noch der hin da fehlt noch einer und jetzt noch granit nach viel haben das reicht genau kommt genau hin da kommt noch eine eins der grunde geploppt okay damit ist der gang fertig jetzt ist aber wirklich fertig und jetzt muss ich noch an diesem gang der ja auch noch nicht fertig war so und da ist halt die frage ob denn wirklich unsere steinziegel hier noch reichen da haben wir noch was oben hin zwei sogar noch hier und hier nur einer hier kann man auch hier kann noch einer hin hier haben wir noch unsere treppen so müssen wir noch das abkloppen na da tue ich mal das hin da hinten rein so mit das linken damit dann hier wegnehmen so das kann jetzt da richtig oben hin bittschön ne da kann es noch mal ein naja machen wir erstmal die treppen da wo man sie schon machen kann da war noch viel viel zu tun erstes mal er sagte dass ich hier schon fertig bin dann lerne ich das mal das richtig anzubringen ja so jetzt müssen wir doch hier mit koppel ankommen richtig dieser gobel ok 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 die 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 dass alles so richtig hier oben fehlt noch welche ein paar stufen treppen hier noch was rein und koppelstein hier noch und da noch und da noch und dann können wir die decke machen ist auch noch nicht so weit ja die decke noch so ok jetzt aus hell ok prima so dann haben wir jetzt hier das passt aber jetzt mit der reihenfolge noch so hier kommen ja noch die steinziegel hin und die granit dinger wo sind sie hier die dinger mensch da brauchen also ich viel ja tut mir leid ich dachte mit der letzten aufnahme werden fertig aber irgendwie fehlt da ja doch noch ein ganzes teil aber dann haben wir es auch erstmal mit dem tunel baum ich dann machen wir nichts mehr mit tun zumindest vorübergehend so kommt noch was weg da noch und hier noch und da noch feinarbeit noch so sieht es auf der seite aus genauso da muss ich auch noch ein paar sachen rein tun ja hier muss noch einiges rein sogar noch gar nicht die seite ist überhaupt mal nicht fertig ja aber du hast noch ein stein vergessen okay danke und dann mal verkehrt der war falsch so aber noch siebzehn wird knapp wird knapp ja da brauchen wir gar keine hin da können wir auch korbel dann rein packen zumindest an der einen stelle hier sind überhaupt viele aber wir machen da gar nichts hin ich bin einfach nur da sind lampen und fertig ich bin ich bisschen leuchten und den rest oder mit stone bricks und ich sehe schon kommen es reicht nicht doch wenn man uns dick so jetzt mal gucken jetzt ist aber dunkel können uns also hinlegen mal kurz später hallo maustaste hallo hallo maustaste hallo maustaste Untertitelung des ZDF, 2020